Knappe halbe Sekunde, was ist jetzt drinnen im zweiten? Ja es wird sicher nicht ganz einfach zu fahren, weil hinten nach dann doch die Piste wahrscheinlich ein bisschen bricht. Ich hoffe, dass das mit dem Knie alles gut geht, dass ich da den zweiten Durchgang jetzt gut runter bringe und wenn ich heute wirklich eine Podiumsplatzierung schaffen sollte, das wäre ein Traum für mich. Ich habe auch genauso wie im ersten Durchgang schon im oberen Teil ein bisschen Probleme gehabt und habe aber dann ab dem Mittelteil sehr gut meinen Rhythmus gefunden. Ich habe mir gesagt, jetzt muss ich noch mal Gas geben und das habe ich dann gemacht und unten war ich sehr schnell, Gott sei Dank. Ich habe gerade mein nächstes Slalom Podium feiern dürfen, bin Zweiter geworden. Ich danke allen Fans, die an mich geglaubt haben und mich unterstützt haben und auch an die vielen Dank, die auch in den Zeiten, wo es nicht so läuft, zu mir halten. Ich danke dir auch in Zeiten, wo es nicht so läuft, zu mir halten. Ich danke dir auch in Zeiten, wo es nicht so läuft, zu mir halten.